Star Wars Re-Play-Commando Star Wars Re-Play-Command 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 haben wir da audiosignatur geortet das könnte hässlich werden die tür öffnen los alle fresse sprengsatz für bresche platziert gesichert hat nur viel Granaten gekostet, das Ganze. Moment. Oh, Droidekas. Droidekas. Sie haben uns nicht gesehen. Die kommen zurück. Bereiten wir uns vor. Fertig, Team. Sie kommen zurück. Lagebericht. Scheiße. Scheiße. Perfekt. Hallo. Oh, der ist hier. So. All right, Stefan. Schlimmer kann es gar nicht kommen. Warte mal. Hier gab es einen Bacta-Tank. Leute, kommt mit. Oh. Na, dann gibt es hier vielleicht Bacta. Oh. Nicht im Ernst. Die werden gerade wieder tausende verbrüben. Also, verpotzt. Wir haben hier keine Deckung. Delta Leader, greifen Sie diese Träger nicht direkt an. Keine Hilfentaten. Alle Mann in Deckung bleiben. Delta 3, ziehen Sie sich zur Rückschalter des Handgas zurück. Nichts. Ja, dann kam sie offen. Sicher? Ja, das geht. Ja, das ist wirklich gut. Also, ich habe ich her. Ah, ich habe die Würde. Was ist das? Das ist doch bis jetzt gar nicht mal so übel. Ey, der scheiß... Ich kann es nicht mehr. Okay, ich kann es nicht mehr. Treiben wir nicht von dort aus. Nein, 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 nein! Ich bin nicht mehr. Achtung, Granate! Die Art Elevy ist unterwegs, springen Sie an Bord und bringen Sie die Sache zur Händekäuer. A-Telvy, das ist ein Kampfläufer. Da rein? Wie können wir denn da rein? Warte rein! Ja, was ist? Ja, was ist? Ja, was ist? Brauchst du eine WLX reinladen? Nein, da alles gab's was! Das kann doch nicht sein! Jetzt aber! Ja, was ist? Ja! Ja! Geheuer! Ihre Einheit sind in schwache Vitaldaten. Ich habe einen Regen mit dem Grün Trigger. Komm, irgendwie hinten raus ist ja irgendwie raus. Okay, dann kommen die raus. Na, komm wieder. Wir werden uns in den Kampffläufer um den Kraftfeldregler zu zerstören. Da noch ein. Das war's. Angriffsschiff gesichert. Der Leader, bringen Sie Ihre Einheit auf Trafen. Ja. War ja eigentlich eine nice Idee hier mit denen. So ist es gut. Lauft. Alles klar, da. Sie entwissen uns. Wo bleibt der Kreuzer? Wir können nicht auf Talbot warten. Wir müssen kämpfen. Hier halten Sie zur Rückseite des Hangars vor. Steigen Sie in den Aufzug. Moment, ich schicke den Aufzug runter. Okay, alles klar. Folgen Sie dem Wartungstunnel. Er führt zu Ihrem nächsten Ziel. Wo ist der Wartungstunnel? Alter, hier wackelt doch nur noch alles. Hier wackelt doch nur noch alles. Ich helfe der Hälfte weg. Ich muss kurz weg. So. Puh. Vielleicht geht die Sache schief. Aber das ist unsere einzige Chance. Der Tunnel führt zu einem der Turbulaser des Schiffs. Aha, und damit sollen wir das Ding wegschneiden? Warum fliegen wir nicht einfach weg? Ja, warum eigentlich? Ich bin Frau Flein. Na klar. Haha. Oh, Crouch moment. Konfederation droiden geordnet. Superkampf droiden. Nicht ganz ernst. Nicht ganz ernst. Schilde offline. Schilde auf. Wir machen sie alles in der Flucht. Schilde auf. Ich muss nachher. Ich muss nachher. all das drauf … Schilde auf. Rumpf-Integrität vereinträchtigt. Wow! Das war so ganz schön. Oh! Oh! ist man los kommt zurück jetzt Unterwegs, Kibir! Ruhigen, wir sind unter anderem bereit. Menschen unterwegs. Die sind da jetzt scharfer zu sterben. Hüch! Das hab ich gebraucht. Ich hab keine Reimspakter. Wir sind einfach ruhig. Neutralisiert. Gut geschockt, Läger. 6-2-1-1. Alle sind halt fit jetzt? Die Integrität liegt bei 25%. Läger im Läger im Geräger im Ein wir machen sie alle ist station 2 habe ich damals viele schöne stunden verbracht wir können ihnen zumindest ein blaues auge verpassen atmosphärische kompensatoren ausgefallen es dauert uns schön lange auf noch ich habe das gefühl diese minuten und sekunden die wir da rein hätten noch ein angriffschiff in sicht wir gehen in position wir arbeiten gerade dabei ist das nicht ein bisschen passiert feuer auf die separatisten eröffnen die haben nicht vor aufzugeben wir haben wir haben superkampf Mann, 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 was ist denn hier? Hast du jetzt gehackt? Dann hack den auch nicht. Keine Fakta, Dings, kein gar nix, Alter. Wir sind hier echt als uns alleine gesteckt. Mann, auf den. Mann anche mit Techno bis heute wieder этот, ja? Mann, Mann, Mann... Mann, 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 Mann! 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 Mann, Mann! Mann, Mann, Mann! ich glaube das ist ja immer wieder ein endloser strom androiden alter wie sollst du das denn schaffen leck mich ja marschen gerade also gespeichert noch ein angriffsschiff in sicht es ist es ist aussichtslos kommst du ja nicht mal hinten ran ja das ist ja gut problem ist